Ein mega krasser Schritt in Richtung Überwachungsstaat, von dem ich euch heute berichte. Künstliche Intelligenz hat viele Vorteile, sie hat aber auch bestimmte Nachteile und heute zeigt sich einmal, mit welchen neuen Herausforderungen man konfrontiert ist, wenn man sich so ein bisschen um die Freiheitsrechte des Bürgers Gedanken macht. Worüber rede ich? Ich rede von einer krassen Überwachungsmaßnahme im Straßenverkehr, die geplant ist. Es gibt derzeit eine Planung, die ist teilweise schon in der Umsetzung, über die Netzpolitik.org hier auch etwas, wie soll ich sagen, besorgt, berichtet. Eine neue Überwachungstechnik im Straßenverkehr wird demnächst wohl bundesweit eingesetzt. Rheinland-Pfalz macht das schon. Die Filmen in die Autos hinein und zwar anlasslos. Das heißt, in jedes Auto, was da vorbeikommt, wird hineingefilmt und da wird aufgenommen, der quasi, das ist ja schon fast Intimsphäre, wenn da einer leicht bekleidet sitzt, sich in der Nase popelt oder auf Deutsch gesagt am Sack kratzt. Da filmen die rein. Das kann doch nicht wahr sein. Es gibt ja solche Dinge wie bei Verdacht besonders schwerer Straftaten, Kindesentführung oder ähnliches, wo Kennzeichenabgleiche erfolgen, auch ohne konkreten Verdacht. Da hast du aber eben eine ganz konkrete Straftat steht da im Raum, eine extrem schwere Straftat, Kindesentführung mit ganz starken, bedrohten Rechtsgütern. Hier ist es ja nur eine Ordnungswidrigkeit. Also ich glaube, ein Punkt und 100 oder 200 Euro Bußgeld, das weiß ich jetzt gar nicht so genau, in Flensburg. Es geht also um mögliche Handyverstöße. Sie wollen halt sehen, ob einer telefoniert oder irgendwie auf sein Handy guckt oder sein Handy in der Hand hat. So, und da würde jeder, glaube ich, jetzt von seinem Rechtsempfinden erstmal sagen, ey, das geht doch nicht. Ja, das ist ja fast oder auch nicht anders, als man dann in die Schlafzimmer der Leute anlasslos reinfilmen würde. Ja, niemand weiß ja, dass er gefilmt wird in dem Moment. Das ist also verdeckt. Und ich kann also nicht mehr sicher sein, dass jetzt einer mit so einer starken Vergrößerung in mein Auto guckt. Natürlich, wie du auf dem Foto siehst, wenn du unter einer Brücke hindurch fährst, kannst du ja sagen, da können ja Leute stehen und gucken. Ja, aber zum einen sind das ja Einzelpersonen, die dich ja überhaupt nicht identifizieren können, großartig. Und zum anderen hast du ja eine Chance, das zu erkennen, wenn da einer steht. Und zum dritten filmen die ja nicht. Jetzt sagst du, na gut, vielleicht steht da doch einer mal mit seiner privaten Kamera. Okay, das ist ja die Frage, was kann der mit den Fotos dann machen? Ja, also unter keinem Gesichtspunkt kann man sich da beruhigen, so richtig. Es gibt aber ein Argument, was jetzt hier eingewendet wird und wo man vielleicht dann sagen kann, naja, darüber könnte man diskutieren. Und das ist Folgendes. Die sagen, die Auswertung dieser Erkenntnisse, dieser Filmmaterials erfolgt nicht durch Menschen, sondern durch künstliche Intelligenz. Und nur, wenn die künstliche Intelligenz ein Handy feststellt, dann wird das von einem Menschen überprüft. Das heißt, in dem Moment, wo es ein Mensch in die Hand kriegt, hast du wieder einen konkreten Verdacht einer Ordnungswidrigkeit. Das ist ja wieder okay. Es wäre wie so, wenn der Polizist irgendwas macht, der das sieht, wenn der dann Schritte einleitet, wäre das ja auch wieder unter Umständen gerechtfertigt. Ja. Wir haben also keine, dann keine anlasslose Verfolgung. Aber was wir ja wohl haben, ist, wir haben eine Film, einen Film und einen Speichern. Und das ist halt einfach bei Daten so, da basiert ja der ganze Datenschutz drauf, dass wenn Daten erstmal da sind, der Weg zum Missbrauch einfach unglaublich kurz ist. Am besten ist, Dinge sind gar nicht erhoben, Daten sind gar nicht erhoben. So kannst du am besten ausschließen, dass sie missbraucht werden. Sobald die Daten da sind, kann das nicht mehr ausgeschlossen werden. Ja. Jetzt geht es uns da wirklich an Kragen. Also ganz konkret, auch das Land Brandenburg prüft jetzt hier diesen Einsatz. Wenn du selbst Probleme hast, Schwierigkeiten hast, kannst du dich gern an uns wenden, gerne eine Anfrage machen per Mail. Wenn dich interessiert, wie das Ganze weitergeht, dann abonniere den Kanal. Und mich persönlich würde auch sehr interessieren, wenn du selber da schon Erfahrungen mitgemacht hast, den ersten Bußgeldbescheid hast oder so. Also wir werden uns auf jeden Fall um diese Themen kümmern. Schreib das doch in die Kommentare.